Guten Abend, bitte stellen Sie sich nur auf die Rückseite und jetzt ist es eigentlich recht und klappen die Tische zurück. Vielen Dank, mir aber auch, Max und Kai. Vielen Dank, Herr Schöner. Frau Tegow, bitte put the backrest of your seats into an upright position and fold away the tables in front of you. Thank you for your attention. Ja, 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 ja.